hallo und herzlich willkommen zurück zum basic video heute schauen wir uns noch mal ein nettes feature vom github an das habe ich die woche gefunden als ich in kia rumgestöbert habe das nennt sich pretty gcode ihr seht ihr schon auf dem bild hier fährt rechts quasi die nozzle live mit und zeigt uns die ganzen verfahrwege wenn der druck beendet ist können wir auch die ganzen verfahrwege damit nachvollziehen jetzt kann natürlich der eine kommen sagt ja das kann ja schon der gcode führer von mainzell ja der kann das aber ich glaube nach dem druck kann man das nicht mehr nachverfolgen dieses pretty gcode ist auch interessant für all die die vielleicht ihren druck streamen oder sonst was machen oder sich das ganze aufnehmen dann kann man das ganz einfach über den browser öffnen und irgendwo einblenden so wie ich das hier gemacht habe das schauen wir uns jetzt an und ich zeige euch das ganze installierten das ganze läuft auf dem beru und schon das heißt wir werden das ganze auf dem weiter installieren da ist es noch nicht drauf hier steht mein weiter anschauen was wir jetzt brauchen ist einmal das kia zu installieren den link zum kia findet ihr in der video beschreibung das heißt wir können einfach einmal kia clipper install and update helper eingeben github dann kommen wir zum beispiel hier drauf viele von euch haben vielleicht hier installiert für all die sich nicht haben hier steht alles drauf das heißt wir gehen in unser hau verzeichnis laden das kia geht runter und führen kia aus das heißt ich habe das schon drauf beziehungsweise ich prüfe das einfach mal kia habe ich bei mir im anderen verzeichnis hier habt das natürlich im hau verzeichnis liegen und wir führen das jetzt aus wenn ihr in linux in punkt in slash und hier eine sh eingebt dann wird das ganze ausgeführt wenn ihr wissen wollt ob die sh da liegt ls minus la das ist eine listen an sich das ganze liegt hier ist auch ausführbar das heißt es grün wenn das alles so aussieht können wir einfach einmal ausführen und dann startet das ganze wir sehen das hier hier sagte mir einmal clippers installiert moonraker und main sale ist auch aktualisiert ist habt ihr kia drauf und es nicht aktualisiert bitte einmal y beim starten drücken und das ganze aktualisieren wenn wir jetzt hier unter installation gehen mit dem punkt 1 ich gehe nochmal zurück war wahrscheinlich zu schnell ihr habt hier links quasi eine leiste was euch zur verfügung steht ihr könnt quasi wenn hier unten bei perform action ist ein eingabe fällt wenn ihr hier die zahl oder die buchstaben eingeht dann springt ihr ins nächste menü ich möchte hier also was installieren wähle 1 kommen hier in das installation menü hier habe ich noch mal auswahlmöglichkeiten und ich möchte gern pretty g code installieren ich drücke 7 hier können wir den port definieren der standardmäßig auf 71 36 damit ich mir das besser merken kann brauchen wir nämlich später zum ausruf führen nehme ich das einfach 1 2 3 4 jetzt wird der port gesetzt engine x das ist quasi ein web service web server wird angepasst ich muss einmal sudo freigeben weil der wird wahrscheinlich was in das etc verzeichnis schreiben um die konfig von von engine x zu bearbeiten aber das ist tiefgreifend das spielt jetzt hier keine rolle das ganze wurde jetzt installiert ich gehe mit b aus dem menü wieder raus q noch mal b und kann mit q hier unten jetzt das ganze noch mal schließen wir sind zurück mit einem clear könnt ihr das ganze aufräumen ich habe das mal klein gehe jetzt auf dem was war dieser port eben warum war der interessant wir haben jetzt hier einmal unter maschine haben wir jetzt theoretisch glaube ich sollten wir eine neue konfig haben bin ich kurz verwirrt ich probiere ob das funktioniert 1 2 3 4 das heißt wir kommen jetzt hier auf pretty g code drauf also wenn wir im port definieren erreichen wir das ganze immer über eure ip-adresse in doppelpunkt und den port das ganze sieht jetzt so aus wenn wir jetzt eine druck datei starten schauen wir uns später noch an ist das ganze wird das ganze quasi abgebildet was jetzt noch interessant ist wir können einmal mit dem file zähler rauf gehen ich schaue mal schnell wir sind hier wie gesagt in unserem home verzeichnis gelandet scrollen ein bisschen runter und kommen zu p g code pretty g code hier haben wir alles darüber drin ganz interessant ist die readme die können wir mit rechtsklick einfach ansehen und bearbeiten und dann sehen wir hier coole informationen das heißt einmal wie wir das ganze installieren und was wichtig ist falls was nicht funktioniert einfach mal durchlesen normalerweise sollte es aber klappen hier könnt ihr das ganze noch mal im moonraker einfügen falls ihr updates machen wollt empfehle ich euch jetzt aktuell nicht weil ich euch gleich noch was zeigen werde was jetzt noch interessant ist was ist noch interessant ach hier unten ist noch interessant dass wir die druckbettgröße anpassen können das heißt hier in zeile 128 haben wir hier einen link klar wir benutzen kein fluid hier wäre eure rp aber ihr kopiert euch alles ab dem fragezeichen fügt es hier hinten an und passt hier eure bettgröße an das heißt 250 250 für mein wiper schickt es ab mit enter schönes großdruckbett und dann ist das ganze angepasst so was ich euch aber zeigen möchte ist wie ihr seht hier unten die schrift ist schrecklich und die farbe auch also was machen wir wir machen einmal rechtsklick ansehen und bearbeiten so wollte ich das nicht ziehen wir uns das ganze einfach schlecht hier noch mal raus ihr könnt ihr links ist denn die lokale fahrt ich bin jetzt hier meinem downloads ordner display ich schiebe mir die einfach mal da rein ist reingeschoben dann möchte ich das ganze bearbeiten macht es schon wieder auf dann machen wir es halt manuell er will anscheinend nicht dann machen wir das manuell hier bearbeite ich das ganze ich öffne das gerne mit visual studio und dann möchten wir natürlich eine schriftart in windows nennt sich immer bond das suchen wir und wir werden fündig in zeile 72 hier können wir auch erkennen hier ist so das blau was wir hier haben das können wir auch gleich ändern das heißt ich klicke einmal hier drauf kann mit dem visual code gleich das ganze anpassen andernfalls nehmt euch einfach ein farbgenerator online und eure farbe und kopiert den code hier rein ich möchte es ein bisschen dunkler rot und hier steht eure schrift die schrift ist schrecklich was könnt ihr machen um zu sehen welche schrift dann ihr habt öffnet einfach einmal word geht hier oben auf die schriftarten alles was hier drin ist könnt ihr benutzen ich hatte mir hier mal irgendwann die unispace schrift runtergeladen die fand ich ganz nett ich kopiere mir die einfach raus alles markieren kopieren und füge das quasi hier ein ich möchte die schrift auch nicht kursiv das heißt ich möchte kursiv hier einmal raus beiche das ganze ab mach das zu öffne hier mein filezeller hier meldet er schon dass die datei geändert wurde ob ich die hochladen will ja möchte ich was sehen wir jetzt schon jetzt hat sich meine farbe geändert ich habe hier eine leserliche schrift auch nicht mehr so schrecklich kursiv und ich kann damit auch irgendwas anfangen was jetzt noch interessant ist wenn wir das ganze wenn jetzt was druckt das heißt ich werde jetzt den drucker mal vorheizen der datei reinleiten dann schauen wir uns das an jetzt schon hier der ready g code der geht ein bisschen nach das heißt der muss ein bisschen nachsünden aber wir sehen es jetzt hier schon er bedruckt die layer das heißt ihr könnt euch hier mit der maus mit linker maustaste bewegt ihr euch ihr könnt zogen ihr könnt mit der rechten maustaste drehen könnt ihr alles machen hier oben das sollte verbunden sein wenn euch das kästchen hier oben diese 2d ansicht stört können wir hier oben auch über das menü das gerne ausblenden haben wir noch verschiedene möglichkeiten was zu machen helles team dunkles team und so weiter und so fort habt ihr opto print wenn ihr mal den habt sieht das ganze noch mal schöner aus da könnte das ganze auch ein bisschen bewegen ist alles auf dem github aber das ganze ist es hier schon hier sehen wir wie er verfahren ist wie er das ganze macht und wenn später voll ist können wir hier auch zurück wir sehen sie jetzt schon wir können hier den verfahren weg noch mal verfolgen und ja das war's ich hoffe ihr habt viel spaß damit könnt irgendwas sinnvolles damit anfangen vielleicht auch einfach wenn ihr ein vpn habt traut nur auf diesen link darauf zugreifen nicht hier dann seht ihr genau was der drucker macht ja immer geld habt ihr das video für gut befunden lasst uns leichter abonniert vielleicht unseren kanal und schaut auch gerne auf dem disco wir sehen uns im nächsten video